Wunder des Lebens Mein Name ist Francis Alli Ich habe mein Leben in Wäldern verbracht und die Bäume dabei beobachtet, wie sie entstehen, wachsen und sterben Hier berührt der Wald den Himmel Hier gibt es Milliarden von Lebewesen, die wachsen, gedeihen und atmen alle zur gleichen Zeit Hier spüre ich die Kraft des Lebens Seine Kreativität, seine Launen Es ist größer als meine Sinne Wenn ich mir die Lebenszeit der Bäume vorstelle, wird mir schwindelig Wie nimmt man die Welt wahr, wenn man so lange lebt? Die Bäume verkörpern die Zeit Ja, ich habe mir dieUmfeder Styles ab, wenn man so lange lebt wenn man so lange lebt der Bäume vorstelle, wird mir schwindelig sein, wenn man so lange lebt in die Welt will, will man so lange lebt in die Welt und in die Welt untertell Además! Vielen Dank.